Der Klapperschwamm, ein Pilz aus der Gattung der Stielporlinge und der ist in Japan auch unter dem Namen Maitake bekannt. Dieser Pilz wächst auf dem Boden in stehenden Büschen und kann sogar im hohen Alter einen Durchmesser von über 50 cm und einem Gewicht von bis zu 15 kg erreichen. Der dicke Stiel des Pilzes verzweigt sich in viele dünnere Äste, die wie flache Hüte aussehen und steht seitlich an diese ansetzen. Was man hier auch gut erkennen kann. Die Hüte sind ca. 2-6 cm breit, runzelig und sind braugrau. Und auf der Unterseite befinden sich runde, weiße Sporen, die wir auch schon in anderen Pohllingsarten vorgestellt haben. In Deutschland ist der Klapperschwamm sehr selten geworden und zunehmend gefährdet. Denn uralte Eichen, an denen er wächst, gibt es kaum noch, da das Totholz immer wieder aus den Wäldern beseitigt wird. Er ist dennoch ein guter Speisepilz, sollte jedoch maximal nur in geringen Mengen gesammelt werden, da er nur noch selten vorkommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017